Kommt nach Frankfurt, es ist wertvoll. Warum Frankfurt? Frankfurt offers es alles. Direkt da, dort über dem weißen Gebäude entsteht ein neues Stockwerk. Hier ist eine schöne Atmosphäre in der Stadt, eine willkommen Atmosphäre. Frankfurt ist mehr international als du denkst. Jeder dritte Bürger hat hier einen non-Germanen Passport. Du bist nicht alleine. So, a message to all our Brexit bankers. Come to Frankfurt. You are very welcome to join us here. It's a great place to be. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.